Dips, zwischen zwei Becken. Die Hände liegen auf dem Rand der einen Bank, die Füße liegen auf der anderen. Der Körper schweckt frei im Zwischenraum. Achtung! 1. Die Ellenbogen niemals vollständig durchstrecken. Das hilft dabei, stets die Trizeps-Muskelspannung aufrecht zu erhalten. 2. Halten Sie die Ellenbogen so nah wie möglich am Oberkörper, nie nach außen drücken. Nun einatmen und die Unterarme anwinkeln und danach wieder strecken. Am Ende des Bewegungsablaufs ausatmen.